Hallo, hier ist der Tom Freudenthal und es gibt eine Frage, die kriege ich relativ oft, nämlich wie kann ich es schaffen, intelligenter zu werden? Meine Antwort ist leider fast überhaupt nicht. Das sagt die Gehirnforschung relativ klar, das geht nicht, aber das ist auch nicht schlimm, weil es hat ja einen Grund, warum man sich das vorstellt, warum man sich das wünscht, intelligenter zu werden und das hat meistens damit zu tun, dass man irgendwelche Probleme lösen möchte oder erfolgreicher werden will und beides kann man auch anders erreichen. Dafür muss man nicht intelligenter werden und an seinem Gehirn rumschrauben, was sowieso nicht funktioniert im Sinne von intelligenter werden, weil das hat was mit der Geschwindigkeit zu tun, mit der das Gehirn die Impulse verarbeitet und das ist genetisch im Prinzip ziemlich stark festgelegt, da kann man wenig dran machen. Aber woran man was machen kann, ist an der eigenen Problemlösungsfähigkeit oder an den Lernfähigkeiten und je mehr Wissen ich zum Beispiel habe, desto mehr Verknüpfungsmöglichkeiten hat mein Gehirn zur Verfügung, wenn es mit einer neuen Situation konfrontiert ist. Das heißt, du kannst trotzdem, obwohl du vielleicht nicht den gleichen IQ hast wie dein Nachbar, beim gleichen Problem genauso schnell eine Lösung finden wie der, der vielleicht einen etwas höheren IQ hat, weil du mehr weißt. Das heißt, der Trick ist, Wissen. Mehr Wissen aufbauen. Einmal die Woche ein Buch lesen oder sich jeden Tag eine halbe Stunde mit irgendeinem Thema zu beschäftigen, was neu ist und lernen. Das macht nicht intelligenter, aber führt zu intelligenteren Entscheidungen, Lösungen und auch zu schnellerem Lernen und damit auch besseren Ergebnissen. Okay? Ja, wenn du dazu eine Idee hast oder vielleicht schon mal was ausprobiert hast oder eine ganz andere Meinung, in jedem Fall schreib sie mir hier unten in den Kommentar. Und apropos Wissen, das ist ja unser Ding. Wir zeigen Leuten ja, wie man schneller mehr Wissen aufbaut und das mache ich vor allen Dingen auch in dem Webinar. Und wenn du magst, dann geh da mal unten auf den Link und schau dir das mal an. Für alle, die mehr Wissen brauchen, wollen und mehr aufbauen möchten und das einfacher und schneller und mit mehr Spaß und besseren Ergebnissen erreichen möchten, für die ist dieses Webinar gemacht. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Dein Tom.